Die Konzertscheune kann ihr Gesicht ändern von einem wunderbaren Spielort für Theater, Varieté, Kleinkunst und auch Konzerte, Hochzeiten für Geburtstage, für Firmen. Bimo und Leinwand kompletieren die Möglichkeiten der Konferenztechnik bei uns. Wir bieten digitale Technik im rustikalen Ambiente. Genau das ist auch das Interessante an der Konzertscheune. Sie ändert ihr Gesicht. Wir kochen selbst. Wir machen all unser Essen und das ist nicht nur für die Konzertscheune beschränkt. Das Essen bei uns hat mittlerweile einen sehr guten Ruf. Wir haben sehr positive Rückmeldungen. Sehr angenehm zu hören, wenn man von Dritten hört, wie schön es sei in der Konzertscheune. Es geht ja nicht nur um Kunst, es geht um das Gesamtpaket aus dem Wohlfühl, Ambiente, aus diesem Gefühl, wenn man in die Konzertscheune kommt, dass wirklich alles passt. Wir sind immer für Sie da und führen Sie in die kleine Welt der großen Ereignisse. stammerlich.